ja heimlich in ihr süßen ich bin wieder totteilt das ist total fähig zwar immer noch extreme rückenschmerzen aber geht es reicht zum zocken ja wieder einmal dabei ist gestern doch diesmal spieler kann fünf vor fünf diesmal machen wir kein geld okay es ist doch ein fünf vor fünf aber keine kluft der beschwöre sondern dominion und lege ist und zwar immer eine frage und zwar gehen uns langsam die chance aus die ist nicht mehr wegen wir spielen sollen und wir haben uns gedacht dass wir in der stadt ein paar jahre ist er in der beschreibung an und weiter gesagt ich bin so und so mit und hofft ist und gesagt dort wobei der jetzt so noch kennt schieben ist wenn man so was ist es sind sehr kultiviert. Dankeschön. Ich bin sehr, sehr beeindruckend. Ich danke Ihnen. Ich arbeite dir nicht. So, ich hab' ihn. So, fragen wir mal, ob er Solo-Bot geht. Ja, wir gehen, äh, uns gehen lang und die Champions aus, wir machen das natürlich mit der zweiten Saison, dass wir die Champions einfach nochmal spielen. Weil ihr wollt gerne sowas wie Nidalee sehen oder kennen, aber jetzt mal ehrlich, wir können die Champs nicht spielen. Wir können jetzt nicht jeden Champs spielen, weil Nidalee ist verdammt schwer zu spielen. Die kann ich nicht spielen oder Basti auch nicht. Oder kennen, sehr selten gespielt und finde ich jetzt auch nicht so berauscht und nicht so gut. Ähm, joa. Eigentlich, ja, wir gehen uns halt, äh, uns gehen halt die Champions aus. Ihr könnt ja ein paar Champs noch reinschreiben. Und wenn, dann fangen wir einfach nochmal von vorne an mit unseren ganzen Champs. Ja, und was wir nicht wollen, ja, Age of Empire erstmal austesten, ob wir das machen sollen oder nicht. Gehst du solo? Ja. Das ist dann halt eure Entscheidung, ob wir das machen oder nicht. Haben schon ein bisschen gezockt, ähm, Age of Empire 3. Macht ziemlich viel Spaß. Nö? Boah, cool, ist schwer, macht Spaß. Ist aber lustig. Jo. Leider wohnen wir nicht zusammen oder, äh, also wohnen wir nicht zusammen, was ist das denn für ein schwule Ding? Ähm, ich hab's jetzt aber... Ähm, also weiß Bescheid, Basti. Ähm, joa, was wollte ich jetzt auch? Ich muss hier kurz kämpfen. Alter, das kann doch nicht sein. Was hatten die für'n Leck-Lack-Flug. Bats, Junge, Krits. Warum noch ein Krits? Ja, läuft sie weg. Ähm, joa. Wir wollen Age of Vampires wahrscheinlich dann aufnehmen. Wir wissen noch nicht, äh, aber noch nicht, wie wir das machen wollen. Sollen. Mit den Folgen, weil so ein Spiel dauert ja mal gut eins bis zwei Stunden. Wenn nicht noch länger. Dann wollen wir halt schauen, wie wir das regeln. Yes. Yes, ne? Das ist eine gute Frage. Äh, Laura. Oh, super. Da kommen die nicht hinterher. Ich hoffe, ich hoffe. Och, nee. Ich hasse solche Evelyn's, ne? Also solche unsichtbaren Pussis, die einfach mal Backdoor, jetzt sag ich mal, eine Base einnehmen. Boah, das weiß ich. Ich hasse sowas. Krieg ich einfach's Kotzen. Der Gegner hat die Raffinerie eingenommen. Führt mich in die Schraube. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, jetzt geht der Evelyn top. Ja, der Basti hat sich auch von seinem schweren Unfall wieder erholt, ne? Naja, nicht ganz. Naja, nicht ganz. Alter, das ist auch sein Messer. Er kriegt immer noch Albträume, wenn er wenn er ein Klo sieht, aber sag ich nur. Hoch. Komm mal auf. Oh, mobb ich dich. Tut mir sehr leid. Oh, was für mobben? Willst du mich dissen oder was? Ich disse dich aber voll, Digga. Sag mal, wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht. Boah, ja. Geil. Klauer! Ich hab Ulti an. Nein, der darf nicht herkommen. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Ah, diese... Ich will's jetzt nicht sagen. Sag's ruhig, sag's ruhig. Nein, das ist ein Röses. Mann, ich hasse Evelyn, Mann. Basti, komm, Jella. Witzig, ich bin tot, du Frosch. Ist mir doch sowas, Mann. Scheißegal. Mir aber nicht. Aber die Evelyn, ey. Ich hasse solche Leute. Echt, Mann. Ja, die facken übel ab. Ja, die nimmt einfach nur Backdoor ein, ne? Die ist so fucking scary. Ja, jetzt ist es so angst, ne? Ja, das ist so ruhig aus, ja. Ein Gegner wohl helfen nochmal hier unten mal. Es kommen gut. Oh, nicht schön. Ja. Ja, was hier kommt. Ah, bis noch klappt, die Augen schon. Boah, guck mal, wie die Minions mich vorgesehen haben. Der Tower ist noch da, Mann. Wie kann das denn mit dir sein? Das ist halt einfach so. Die Pikachu. Warte, wer ist Pikachu? Pikachu? Pikachu. Wieso hast du gerade gesagt, wer ist Pikachu? Da schreibt einer, die Pikachu. Meinst du, meint er mit Pikachu? I don't, Knopf. Du, Knopf? Ja. So, was die springen kommt. Ah, Mann, 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 Mann. Run, bevor die Evelyn kommt. Ich mein schon, ne? Mann, das Game sieht nicht gut aus. Das schaffen wir. Ja, wir sind im Late Game. Okay, wir haben eigentlich so Gute, die erst im Late Game gut sind. Dann regeln wir das jetzt mal. Wir regeln das mal auf die Art, die Stray Dogs machen. Babababam. Wer ist euer Beschwörer? Und was macht ihr? Super, jetzt sind wir noch zwei Mann hier unten. Ich komme runter, ja? Ich komme doch zu meinem Homie. Ah. Ich zünde Geist. Only for you. And then we go. Oh. Boah, hast du ein Schwein, Mann. Ja, Mann. Hast du ein Schwein. Ach, komm, komm. Geh, geh weg, sonst kommt der Evelyn und haut dich kaputt wieder. Nicht nicht. Wir müssen jetzt, aber ich, ich habe es gleich hier, hier sehe ich es gleich. Da kommt der Evelyn wieder. Der Evelyn. Der Evelyn, ne, dich ist hier. Da ist der W. Der W. Der W. Denkt auch, der wäre cool. Ab auf meine Angst. Das kann ich mir, äh, wirklich nur ordentlich erklären. Was kannst du denn schütteln? Das, was da gerade passiert ist. Das war... Los, macht sie fertig, ihr. Mega, nega. Och, man. Froh. In vier Sekunden habe ich Ult hier. Noch eine. Du hast gesehen, wie ich nicht gestorben bin. Einfach göttlich mit Seon, Mann. Einfach göttlich. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Hey. Was ist da? Was los? Was, was, was los? Angreif, Flames, Raub. Blablablabla. So, Leute. Das Angebot steht immer noch. Wenn ihr mit uns zocken wollt, sagt Bescheid. Schrei. Edit uns einfach im Game. Ihr kennt ja unseren Namen. Opti und Flair. Ähm. Ja, edit uns einfach. Und, ähm. Wenn ihr Skype habt, können wir sogar skypen. Und dann... Machen wir die Gegner mal zu Sau. Ne? Ne. Wieso, ne? Weiß ich nicht. Komm, wir holen uns den Blitze... Blitze putzen. Ich bin unaufhaltbar. Das Gewinn war, Leute. Ja, das... Jetzt sieht's wieder gut aus. Guck mal, wir haben jetzt hier die Base. Unsere Taktik geht auf. Ja, Late Game halt, ne? Einfach Late Game. Ich bin ein Knochenhof eingenommen. Ich weiß nicht, dass ich diese... Hass ich dich... Was hier einnehmen. Was dran hat. Boah, jungen, du schön bist da nicht so. Noch kommt auf, Schäfte. Ich geh sie alle, mach sie alle fertig. Töte sie. Mach sie um, mach sie um, mach sie fertig. Alle platt. Ja, dreifach Tötung, ne? Ach, jeder. Ulti halt. Ich kann's nur gerne zu oft sagen. Ulti halt, ulti halt, ulti halt, ulti! Wer ist euer Beschwerer? So, jetzt sieht die Geschichte nämlich ganz anders aus, Freunde. So sieht's aus. Jetzt zeigen wir den Leuten da mal, wer hier den Töschen an hat. Oh, oh, oh. Ich muss sagen, du brauchst mal ganz schnell da ab. Schau nirgends, wenn er ab. Oh, Nocturn kommt. Ich denk mal, ich schau jetzt ganz schnell hier ab. Boah, hätte ich Ulti. Ich würde so gehen mal rein. Bam, 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 bam. Ah, ist in 30 Sekunden ready. Der Gegner hat... Das ist die Bissl, also sicher. Na ja. Bleib du da drin. Und zack, los, 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 los. Travajo, travajo, Wasti! Nimm nur ein. Und nimm nur ein. Nimm nur ein. Nimm nur ein, was die, Mann. Ich wollte jetzt. Ich wollte jetzt nur Punkt haben. Welchen Platz musst du? Ja, es ist doch. Oh, ich bin Zweiter. Komm, ich geh weg. Ich muss mir eh was kaufen. Yeah, I'm on the way. Oh, kein Platz. Wer ist euer Beschwörer? Und was macht ihr? Der Gegner hat die Raffinerie eingenommen. Komm, nimm einfach einen Scheiß drauf. Ich will den Erkühlen. Der Sion hat mir zugeschehen. Oh, legendär. Cool. Sion ist cool im Dominion, ja. Das ist dicke Lüge. Okay, sorry. Okay, Moment. Ich hab mich gefreut, du fällst jetzt was für was länger aus. Dann kann ich so ein paar Mid-Gems zeigen, aber... Nein, dann bist du direkt wieder da und dann, äh... Nee, nee, nee. Halt auf mein Arsch, ja. Hätt ich mir lieber Dings genommen, Alter. Fuck. Krieg ich nicht. Der Doeltian. Ah, nein! Nocturne! Wieso bin ich nicht auf den gegangen? Ich bin hier rot. Ich hab den Stein rum eingenommen. Ja, Nocturne, ich hau dich auch so, komm. Du brauchst nicht dein... ...n Schild zu machen, ich hau dich trotzdem. Was ist die Wattlös? Das sind Volli-Cheater, Mann. Ich hab grad gemerkt, bei mir hat man bis jetzt noch keine Ulti eingesetzt. Also, gegen mich. Dein Team hat den Stein-Gritt eingenommen. Ich hab jetzt schon zweimal von Turmdänzer. Yes, we can! Report WW, please. Wieso? Es so gut. Yeah, please. Please, 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 please. Wie verdammt schnell ist jetzt schon, wenn das echt... ...geil, oh. Du musst dich stannen. Anders geht's nicht. Ich seh nix. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der haut ab, das war unfair. Was war das, der Wildsprung? Wolltest du da drüberspringen, oder was? Die kriegt dich, die kriegt dich. Oh! Evelyn. Na, so'n Döner, Alter. Was lachst du da? Oh, Mann. Wer will wir nicht abgehauen? Ich hätt mich voll voll gehielt, aber der ist voll abgehauen. Die haben doch gekriegt. Ist mir doch voll schnuppe, Alter. Ich fand ich in der, hast du mich verstanden, Jörg? Hm. Also, Leute, Age of Empire. Wir wollen zocken. Wollt ihr auch zusehen? Obwohl wir noch gar nicht so viel darüber wissen. Hä, lol, die haben aufgegeben? Was? Das hab ich ja bis jetzt noch nie gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Okay, ne. Ja, Leute, ich würde mal sagen, war ein cooles... Spiel anfangs halt ein bisschen geschleifen lassen, so. Aber dann haben wir sie... Bam, bam, bam. Linker, rechter Haken und so. Huch. Ja. Ähm. Denkt an die Kommentare, was für Champs oder so, was ihr noch sehen wollt. Ihr müsst halt bedenken, äh, wir können nicht... Wie soll ich sagen? Wir können halt nicht jeden Champs spielen. Ihr könnt auch schreiben, wen wir jetzt nochmal let's playen wollen. Wenn ihr noch einen Wunsch habt, ich soll nochmal Shaku let's playen. Oder der Basti soll nochmal... Brrrr... Wayne let's playen oder so. Sagt Bescheid. Wir kümmern uns drum. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Eure Stray Dogs. Ciao.